Was ist die Strommessung und der Spannungsmessung? Nachdem wir uns jetzt mit der Strommessung und der Spannungsmessung gut auskennen, wollen wir jetzt einfach den nächsten wichtigen Teil der elektrischen Messtechnik betrachten, nämlich der Messung von Widerständen. Und der erste Weg, der natürlich auf der Hand liegt, ist einfach direkt am Widerstand den Strom zu messen, der durch den Widerstand fließt, und die Spannung zu messen, die am Widerstand abfällt. Und prinzipiell hat man dazu zwei Möglichkeiten. Man stellt sich hier so ein System vor, wo einfach der Widerstand liegt, der unbekannte Widerstand Rx. Und man kann jetzt hergehen und sagen, naja, man hängt hier einfach ein Strommesser hin und misst dann parallel dazu die Spannung. Oder man geht her, betrachtet dieselbe Situation, sagt, man hat hier den Widerstand Rx, den man bemessen will, und nimmt aber jetzt die Spannung hier direkt am Widerstand ab und den Strom außerhalb von dieser Vorschaltung, die hier steht. Auf was das hinausläuft, ist ganz klar, sowohl Strommesser als auch Spannungsmesser hier haben einen Widerstand, einen internen Widerstand, und der nimmt natürlich wiederum Einfluss auf die Messung. Und um das zu quantifizieren, kann man einfach mal hergehen und für beide Fälle aufschreiben, wie sich der Widerstand Rx ermitteln würde. Der Widerstand Rx wäre also für den Fall, der Strom, der gemessen wird von diesem Messgerät hier, ist genau der Strom, der durch den Widerstand fließt. Das heißt, der Strom wäre wichtig, der im Nenner steht, der hier einfach entlang fließt. Gleichermaßen ist aber die Spannung, die gemessen wird, die Spannung, die an Rx und dem Widerstand des Strommessers hier an der Stelle abfällt. Das heißt, wenn jetzt hier die Spannung U anliegen würde, die man hat, würde man den Widerstand mal den Strom, den man gemessen hat, abziehen müssen. Das heißt, zeigt das Voltmeter diese Spannung U an, würde man einfach den Strom, beziehungsweise die Spannung, die am Amperemeter abfällt, beziehungsweise am Strommesser abziehen. Und zusammen ergäbe sich einfach, ganz einfach, der Widerstand, wie man erwarten würde, minus einen gewissen Fehler Rx. Das wäre also hier der Fall A und hier für den Fall A der Widerstand. Jetzt betrachten wir noch den Fall B. Für den Fall B ergäbe sich, dass die Spannung absolut die richtige ist, die man misst, das heißt, der Zeiler steht fest. Allerdings ist der Strom, den man misst, der Strom, der sowohl durch den Widerstand hier fließt, als auch über den Spannungsmesser abfließen kann. Das heißt, man misst hier den Strom I und muss von dem wieder den Strom, der über den Spannungsmesser abfließt, abziehen. Und das entspricht wieder der Spannung, geteilt durch den Widerstand dieses Voltmeters. In beiden Fällen sieht man, diese Widerstände der Messwerke nehmen einen gewissen Einfluss auf die Messung. Hier in dem Fall, wenn man den Widerstand auf die Art und Weise, wie sie hier ist, durchführt. Das heißt, wenn man Strom richtig misst, man ermittelt ja hier den richtigen Wert für den Strom, bekommt man einfach einen Widerstandswert, der systematisch zu klein ist, um den Innenwiderstand, beziehungsweise den Widerstand des Strommessgeräts, misst man dagegen hier auf der Seite spannungsrichtig, weil man hier die Spannung richtig ermittelt, bekommt man einen Widerstand, der einfach verändert ist, durch die Spannung, durch den Strom, der zusätzlich durch das Spannungsmeter hier an der Stelle läuft. Allgemein kann man sagen, wenn Rx sehr groß ist, empfiehlt sich Strom richtig zu messen, weil dieses Ra normalerweise relativ klein sein wird, das heißt, der Widerstand des Strommessgeräts und deswegen keinen großen Einfluss auf den gemessenen Widerstand nehmen wird, misst man hingegen einen sehr kleinen Widerstand Rx, könnte dieses hier oben in dem Fall, dieser Widerstand des Strommessers, einen größeren Einfluss nehmen und für den Fall, dass das Voltmeter einen sehr großen Widerstand hier unten hat, ist auch der Strom, der hier quasi über das Voltmeter zusätzlich läuft, ein sehr geringer, das heißt, man hat hier auch eine geringe Verfälschung an der Stelle. Das ist eine Art und Weise, wie man es machen kann, man kann aber auch hergehen bei der Direktmessung und einfach einen Vergleich zum anderen Widerstand ziehen. Das wollen wir hier jetzt vielleicht noch kurz skizzieren. Man könnte also beispielsweise hergehen und sagen, man hat einen Widerstand, der gesucht ist, den nennen wir wieder Rx und der liegt jetzt hier wegen mir in Reihe mit einem Widerstand, der bekannt ist, ein Referenzwiderstand und man geht her und misst an beiden zum Beispiel die Spannung, die abfällt. Die Spannung, die abfällt und kann sich jetzt überlegen, was für ein Strom durch das ganze System fließt. Das heißt, man kennt die Spannungen hier, man weiß, dass der Strom, zum einen der Strom I, der durch Ix fließen muss, der Strom, der von Ux geteilt durch Rx erzeugt wird und auf der anderen Seite muss das aber der gleiche Strom sein, die sind ja hier in Reihe geschalten, der durch den Referenzwiderstand fließt und hat hier quasi die Spannung UR geteilt durch den Referenzwiderstand und formt man das um, erhält man sehr schnell den gesuchten Widerstand als Verhältnis von den beiden Spannungen mal dem Referenzwiderstand. Was ist der Vorteil an dieser Messung? Wenn man umgeht dieses Problem mit Strom richtig oder spannungsrichtig messen zu müssen, sondern macht einfach einen Vergleich zu einem anderen Widerstand, bei dem man in beiden Fällen einfach die Spannung bestimmt. Gleichermaßen begeht man natürlich trotzdem dieselben Fehler durch die Innenwiderstände der Messgeräte hier, aber die werden in beiden Fallen bei der Spannungsmessung in beiden Teilen gleich begangen. Das heißt, sie nivellieren sich etwas. Sie heben sich aber nicht absolut auf. Also man darf nicht glauben, dass diese Fehler, die man durch die Widerstände der Spannungsmesser macht, dass die durch diese Rechnung hier aufgehoben würden. Gleichermaßen könnte man jetzt auch hergehen und eine Referenzmessung machen, bei der zwei Widerstände parallel geschalten sind. Das heißt, der gesuchte Widerstand zum anderen Referenzwiderstand und man lässt den Strom durchfließen und misst den Strom, der durch die beiden Widerstände fließt, Strom richtig und könnte dann daraus auch wieder ein Verhältnis ermitteln, um den gesuchten Widerstand zu bestimmen. Alles in allem sind für die Direktmessung diese Vorgehensweisen völlig legitim. Es stellt sich immer die Frage, wie genau man Widerstand zu bestimmen hat und auf was für Art und Weise der Widerstand zu bestimmen ist. Weiß man, also man hat einen sehr großen Widerstand oder einen sehr kleinen Widerstand, kann man ja die entsprechende Messmethode anwenden. Was zu erwähnen bleibt, ist bei der Widerstandsmessung jetzt explizit, wenn man sie gerade so direkt macht, die Anschlusskontakte, die zur Messung auftauchen. Das heißt, geht man jetzt davon aus, man hätte hier irgendeinen Widerstand beziehungsweise man will zum Beispiel einen sehr geringen Widerstand messen. Man lässt hier den Strom reinfließen, man will einen sehr geringen Widerstand messen von zum Beispiel, sagen wir mal, was heißt ich, von einem Eisendraht oder was Ähnlichem. Hier an der Stelle. Und man würde jetzt hergehen und einfach wegen mir hier den Strom messen an der Stelle und dann parallel hier dazu an der Stelle die Spannung abgreifen. Dann hätte man das Problem, dass man hier an den Stellen einen Kontakt hat zum Hauptleiter. Das ist okay, den kann man sehr gut ausführen, aber man hat auch das Problem, dass man genau an diesen Stellen Kontakte hat zum Kupferdraht oder zum Eisendraht, wie wir es beschrieben haben vorher. Und diese Kontakte haben natürlich potenziell einen höheren Widerstand und mit dem Spannungsmesser würden wir jetzt die Spannung, die über diese Kontakte vom Draht zum eigentlichen Messaufbau steht, mitmessen. Das heißt, man würde die Messung verfälschen. Und das bedeutet, für so einen Fall würde man besser hergehen und einfach direkt hier mit Klemmen und Spannungsmesser anschließen, um tatsächlich an den Stellen hier nur die Spannung abzugreifen, die hier über dieses Stück Draht abfällt und nicht die Spannung, die durch irgendwelche Kontaktstellen, die man im Kontakt zum Draht macht, mitzumessen. Das nennt man Vierleiteranschluss. Man muss da dran denken, vor allem, wenn man eben Widerstände misst, die in dem Fall zum Beispiel in einem Draht sehr klein sind. Im Allgemeinen ist es aber auch ein völlig legitimes Verfahren für alle anderen Arten von Widerständen, bei denen man einfach einen direkten Kontakt machen kann, was sich dann natürlich immer als besser herausstellt.